Simone, sag mal, wie viel Auslastung braucht eigentlich ein Hund? Ja, Birgit Bombe, wie siehst du denn aus? Geil! Du hast eine Menge mitgebracht zu deiner Frage und ich sehe, du hast auch Bälle dabei. Und zu dem Thema Ballspielen mit dem Hund, da will ich dir jetzt auf jeden Fall schon mal Rede und Antwort stehen. Grundsätzlich kann man mit dem Hund Ball spielen. Das ist tatsächlich eine schöne Auslastung, da kann man eine Menge mit dem Hund machen. Aber es gibt ein Aber, weil achte darauf, dass dein Hund kein Balljunkie wird, dass das nicht zu einer Sucht wird. Ich hatte schon viele Menschen im Training, die haben gesagt, ja, mein Hund ist eigentlich aggressiv anderen Hunden gegenüber. Aber wenn ich was mit dem Ball mit meinem Hund mache, wenn er den Ball trägt, dann vergisst er alles andere und dann kann ich an allen Hunden vorbeigehen. Oder auch was Leinenaggression angeht. Hat der Hund aber dann einen Ball in der Schnauze, dann ist der andere Hund egal. Das ist zwar für das Problem kurzfristig, also für das Problem der Aggressivität anderen Hunden gegenüber oder der Zickigkeit anderen Hunden gegenüber, ist das zwar für den Menschen, für den Hundebesitzer gut, weil kurzfristig in dem Moment ist das Problem gelöst, langfristig aber ist das eine sehr ungesunde Art und Weise, weil Hunde, die in dem Moment andere Hunde wirklich völlig ignorieren, sind höchstwahrscheinlich Hunde, die tatsächlich schon Balljunkies sind. Ich habe das wirklich schon oft erlebt, dann haben mir die Kunden das gezeigt, ich bin mit denen losmarschiert und der Hund hat wirklich so, ah, gib mir meine Droge und hat nur noch Bälle, 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 Bälle apportiert, hat den Menschen angeschnauzt, hat den Ball vor den Menschen hingeschmissen, hat den dann angebellt und weitermachen und weitermachen und weitermachen, ob 30 Grad im Schatten oder alles egal und das ist einfach ungesund. Und das ist wirklich dann wie eine Sucht und damit hat man zwar das Problem in dem Moment gelöst, scheinbar für sich als Mensch, aber auf eine ganz ungesunde Weise eben. Und es ist ja auch nicht wirklich gelöst. Der Hund hat ja nach wie vor Probleme mit anderen Hunden als Beispiel und nur weil die Sucht jetzt gerade stärker ist, fällt das nicht auf. Aber er entspannt sich ja nicht wirklich mit anderen Hunden oder er hört auch nicht wirklich auf den Menschen und sagt, Mensch, wenn du mich hier führst und leitest, dann, ja, dann muss ich das gar nicht machen, so grantig sein. Ich vertraue dir da, dass du das regelst, lieber Mensch. Sondern es ist ja dann wirklich wegen der Sucht, dass er das nicht tut. Das heißt, das Problem ist nicht gelöst, sondern eigentlich durch ein anderes Problem ersetzt, kann man ein bisschen so echt sagen. Ja, das also das Negative mit dem Ballspiel mit dem Hund. Also Birgit, ich weiß aber, dass das die Emma bei dir nicht macht. Ihr habt wirklich ein schönes Spiel miteinander mit den Bällen und dann ist es auch wirklich toll. Ich mache das mit der Mabel auch. Also ich spiele mit der Mabel auch mit dem Ball, aber ich kann jederzeit sagen, so jetzt ist aber auch gut. Ich kann sie stoppen auf dem Weg zum Ball. Ich kann sie sitzen lassen und den Ball schmeißen. Ich kann mehrere Bälle schmeißen. Also das ist wirklich ganz entspannt. Und wenn ich merke, sie dreht auf, dann gucke ich auch genau, soll ich lieber aufhören oder machen wir jetzt was anderes oder können wir weitermachen. Und wir haben ja noch den kleinen Tiger, unseren Havanesermix und die hat die Tendenz zur Sucht dann zu kommen. Das heißt, ich werfe ihr den Ball, ein, zwei, dreimal geht das noch gut und dann wird sie immer aufgedrehter und immer aufgedrehter. Deswegen mache ich das nur manchmal und auch nur ganz gesittet, kurz gesittet mit Regeln und dann ist es auch wieder gut. Man kann ja auch alternativ zum Beispiel den Futterbeutel nehmen. Ein Grund mit, warum ich den so gerne nehme, weil der Ball hat dieses Suchtpotenzial, der Futterbeutel in sehr viel selteneren Fällen. Also Birgit, ich weiß aber, ihr macht es gut, ihr beiden. Und dann steht dem Ballspielen und der Kreativität rund um den Ball und dem Spiel mit dem Ball mit deinem Hund überhaupt nichts entgegen. Aber Achtung, jetzt kommt es noch darauf an, welchen Ball du nimmst. Und zwar, ich habe hier einmal einen ganz kleinen Ball. Das ist jetzt ein Golfball in dem Fall, könnte auch ein Tischtennisball sein. Das würde ich nicht empfehlen. Der Golfball ist sehr hart, Verletzungsgefahr. Und bei dem Tischtennisball ist es genau andersrum. Der Hund knaut da drauf, zack, Ball kaputt. Splitter vom Ball vielleicht, Stücke vom Ball, verschluckt der Hund vielleicht. Das kann im Darm Probleme geben. Außerdem ist das auch nicht besonders gesund. Also, der kommt schon mal weg. So, dann haben wir die Tennisbälle. Das siehst du da. Aber da achte bitte drauf, dass du nicht mit dem Tennisball mit deinem Hund spielst. Wenn das mal ist, alle Jubeljahre, ist das kein Problem. Aber gesünder macht es die Tennisbälle auch nicht. Weil Tennisbälle, wie der Name schon sagt, sind zum Tennisspielen gemacht. Die müssen robust sein, die werden geschlagen und dann geht es da auf den harten Boden und, und, und. Und von daher sind die so konzipiert, dass die nicht für Zähne gedacht sind, sondern für Ascheboden und für einen Tennisschläger. Und die bestehen aus Filz und die filzen auch. Wenn der noch neu ist, der Ball, sieht die Struktur eigentlich schön glatt aus. Aber ist der dann ein bisschen älter, und oftmals spielt man ja gerade mit den älteren Bällen mit dem Hund, und dann kommen hier überall diese Filzdinger, diese Haare, ich weiß nicht, ob man das sieht, diese Haare zum Vorschein. Und die können zum Beispiel sich zwischen die Hundezähne begeben und dort stecken bleiben und dann für Entzündungen in den Zähnen, in den Zahnfleisch der Hunde sorgen. Dann reibt dieser Filz auch die Oberfläche ab, reibt den Zahnschmelz ab. Und auch das kann für Zahnschmerzen sorgen, für Entzündungen sorgen, für empfindliche Zähne sorgen. Das ist einfach ungünstig. Und wenn du dann noch einen Hund hast, der dir den Ball nicht vernünftig bringt, sondern der so darauf rumknautscht und beißt, dass der kaputt geht, dann besteht sogar noch die Gefahr, dass dir der Hund, dass dir dein Hund ein Stück vom Ball runterschluckt. Oder wenn du Pech hast, auch mehrere Stücke. Das sind wieder Probleme für den Darm, die auftreten können. Und im schlimmsten Fall kann das sogar zum Darmverschluss führen. Deswegen also, nimm möglichst keine Tennisbälle, um mit deinem Hund Ball zu spielen. Also weg damit! Was bleibt uns dann noch? Ein Hundeball. Es gibt in den Hundefachgeschäften zig wirklich gute Bälle, wo dein Hund super schön mitspielen kann. Achte darauf, die richtige Ballgröße zur richtigen Hundegröße zu nehmen. Und dann steht eurem Spaß nichts mehr entgegen. Und übrigens, es gibt ein Spiel mit den Bällen, mit den wirklich ganz, 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 ganz großen Bällen. Und zwar Treibball. Ein wunderschönes Hobby für Mensch und Hund gemeinsam. Und da richte ich auch, die Mabel liebt das. Aber Achtung! Auch da ist es so, dass dein Hund zum Junkie werden kann und darum trötet und bellt und total aufgedreht ist. Wenn du das also mit der Emma machen möchtest, dann achte darauf, dass auch das in aller Ruhe stattfindet. Und dann steht eurem Spaß wirklich nichts mehr entgegen und den wünsche ich euch auch viel Spaß. Eine Variante der Auslastung deines Hundes mit Bällen. Achtung! 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 Achtung!